Ich glaube, das ist so die geilste Zeit, in der du eigentlich leben kannst, gerade weil jetzt diese Thematik AI aufkommt und wir die Zukunft einfach noch überhaupt nicht vorhersehen können, wo das alles noch hingehen kann, um das so ein bisschen in die Perspektive zu setzen. Ich glaube, ob du vor 5000 oder 6000 Jahren geboren worden wärst, das Leben war ziemlich ähnlich, so von der Thematik. Und dann springst du jetzt in die Zeit nach vorne und dann merkst du plötzlich, oh, das Leben ändert sich. Und wenn wir dieser Logik folgen und sagen, dass Innovationsschritte immer in kürzeren Abständen passiert, sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir sagen, boah, was passiert denn morgen mit der Welt? Wo geht's denn hin? Und da dabei sein zu dürfen, an diesem Punkt der schnellen Änderung, ist natürlich ganz geil.